Ah, jetzt gewinnt mir der, ähm... Ah, ist vorbei. Jetzt gucken wir mal. Weißt du? Hey, warum kann ich mich auswählen? Keine Ahnung. Ah, nur da verliert er. Ach so. Okay. Wo der hier? Ach, ich nehm den, oder? Den hat mir egal. Der da. Der sieht so ein bisschen aus wie der von X-Men. Haben wir eine Brille? Ah, ach so. Nein, nein, ja. Wegen seinen Helden. Weitere geholt. Ja. Wie ist denn blocken, bitte? Verrat' ich nicht. Ja. Da. Buf, buf. Ja. Es fällt an Spaß zu machen. Oh, hier kommt die Krähe. Uh. Mh, 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 mh. Ist ja hier vor der Digger-Raven-Chief. Ist ja hier vor der Digger-Raven-Chief. Nachdem. Oh. Jetzt verrate ich dir sogar noch wie es geht. Ja. Und er hat das mit so abgelenkt. Das ist super. Boah, sie hat einfach geile fette Schenkel. Ha! Sex bomb! Oh, Mann, was macht man diesen Dreher? Ich suche immer noch zu viel. Ah! Irgendwann schiebe ich es immer auf den Controller. Ja, irgendwann kommt der Punkt. Aber ich muss auch mit den Scheiß gehen. Ich muss aber sagen, ich habe für Street Fighter immer so in meinem Thema gehabt. Also diese Moves und so weiter. Das funktioniert nicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es an den Controllern sitzt. Hä, was hättest du was? Keine Ahnung. Oh Gott. Ich hätte schon gerne mal eine andere. Ne, boah. Press, start. Ah, ja. Ach du bist weg. Wieso war ich nicht weg? Ach, stimmt. Der Verlierer... Der Verlierer... Jeder kommt der Challenger. Ja. Ja. Ach, ich will mal nicht mehr. Du bist ein Biest. Ah! Du bist. Die ist immer zu schnell. Ich versuch diese Stromgeschichte zu machen, ich glaub das geht mit dem A, ne? Ich wusste bei ihr wirklich noch wie das schnell geht mit dem Wein, deshalb hab ich sie auch als nächstes genommen. Wie geht's? Einfach mal schnell auftreten. So wie du warst. Ah, jetzt geht's los! Ah, mies, mies. Ist das wirklich perfekt oder? Nein. Bah! On move! Bicycle! Nein, mein Gott! Adrian! Nur weil du meinst. Ey, warte, jetzt macht er weg die Fiese, die Fiese, weil er nichts anderes kann. Weil er nichts anderes kann. Weil er nichts anderes kann. Nein, nix anderes kann. Wie viel Fieslinge. Oh, hab ich jetzt schon das zweite Mal gewonnen. Ich kann mich wieder keinen neuen Player aussuchen. Du musst continue machen, ich darf ja nicht. Oh, die Autogeschichte! Fotze gegen Fotze! Oh, die Autogeschichte! Ah! Was ist denn hier die Autogeschichte? Ich check's grad nicht! Was geht hier? Hallo! Hallo! Keine Ahnung! Es liegt voll auf die Fresse. Ah ja, jetzt weiß ich wer. Wir müssen das Auto kaputt machen. Zusammen? Ja, ich glaub schon. Ah! Na dann. Machen wir das. Ah, jeder kriegt's. Ah! Es gibt Punkte für Auto kaputt machen, ne? Ja. Oh! Okay, ich hab jetzt aber so oder so auf die Fresse bekommen. Ach, jetzt können wir erst wirklich. Ja. Mann! Könntest du dich nicht auf die Kamera, du Idiot? Ah! Ah! So geht er. Ah, das können wir eben machen. Ah! Ich mein kein Perfect. Was? Ich mein kein Perfect, du gehst davon aus, dass du es eh noch hast. Natürlich. Also, guck mal! Ah! Okay, ich hab nicht gewinnen lassen. Ach, komm jetzt! Ja, komm. Quatsch! Ey, du musst doch mal irgendwas tun. Ich werd auch mal einen anderen Player haben. Oh! Ey! Ja! Du musst doch mal! Ja! Hey, das ist echt anstrengend. Ich brauche noch mal ein bisschen Pott. Ah, ja, gut ja. Ah, ich weiß nicht, ob das auf den Magenschweiter geht. Ja, komm, machen wir das mal. Wie geht denn der? Ja, komm. Ich versuche den Kopf, äh, diesen... Ach, der ist ja langweilig. Was Neues mache ich? Ah! Pop, 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 pop! Ah, stopp! Darf ich wieder keinen Neugentwerfer haben, ne? Was? Äh... Ja, hey. Hättest mich halt gewinnen lassen. Als Erster habe ich dich gewinnen lassen, weil ich da irgendwie... Manchmal muss man das mit Leuten machen, dass sie nicht die Lust am Spielen verlieren, was? Ja. 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 Ja, das geht über. Ach so, das geht über. So. New Challenges. Please in the corner. Da kommt der Mama jetzt mal so. Okay. Andere Spiel. Super Star Wars. Ne. They return all the... Canada's Codes. Es muss schon was Gegeneinander sein. Mh... N64 Killer Instinct. Was? Nochmal. Killer Instinct. Ne, kennst du da nicht. Ähm... Dann... N64? Mortal Kombat. Ja, aber welcher? Mortal Kombat? Aber welche... Welche... Konsole? Puh, das war Mortal Kombat. Das war auf Super Nintendo. Und die M64-Spiele sehe ich gerade. Mit 46 hast du gar nicht so viele. War kein Platz mehr auf der SD-Karte. Äh... B-b-b-b... Speedy Gonzales. Naja, ich weiß halt nicht, was mit zu zweit... Mortal Kombat. Mortal Kombat. Aber die... ZOMBIES ATE MY NEIGHBORS. Mach! So. Ja. Manchmal kommt alles anders, als man denkt. Ja. Boah! 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 Hoah! Indie! Indie, du kannst grüßen hin! Boah! Loom-Indie! Boah! Boah! Was ist das? Ja, so war die Grafik früher. B-beil so langsam. Boah! 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 Was ist denn der Name? Ey, Bühel, Silly! Das war wie Panne. Okay, okay. Okay, auf geht's. Ah, okay, schießen. Die ist gut, die ist gut. Kann ich die ficken? Ja, guck, ich kann die ficken. Kann ich da noch was anderes mitmachen? Kinder, Kinder, da sind Kinder. Auf sieben. Ich glaube, Kinder kann man auch nehmen. Ah, okay. Damals waren wir noch nicht so schlimm, was Kinder angeht, weißt du? Ah, okay. Ah, da oben, wir haben immer von den Schüssen hier bis 237. Aber andere Sachen kann man nicht machen. Ah, doch, okay. Aber ich hab schon hier was, wenn du an so einen Mülleimer ran rennst, kommt was raus. Warum hab ich eigentlich einen Totenkopf auf dem T-Shirt? Oh, ich bin irgendwie scheiße. Ich kann nicht schießen. Also, ich hab doch hier Bomben. Hä? Achso, ich hab... Vielleicht hast du geswitcht irgendwie. Keine Ahnung, kann man switchen? Ah, doch, ja. Guck mal, da oben kann man switchen. Also, mit B kann man switchen zwischen denen. Und mit denen kann man schießen. Achso, ich hab halt keine Ahnung. Kann ja nicht so was switchen, weil ich nicht hab. Ah, komm mal runter. Ja, bitte. Ah! Ich glaub, die kommen immer wieder aus dem gleichen Blechern. Die müssen irgendwie... Ah, wir müssen einfach mal weiterlaufen. Ja. Chill mal nicht so. Ah, auch Krampolin rüber sprengen. Boaam! 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 Ui. Okay, nächstes Krampolin. Ah, das ist ein Typ. Ah! Hallo. Achso, du kannst den auch sammeln. Klar, so wie Babys und Frauen. Boing, boing. Boing, 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 boing. Boing, boing, boing. Oh, geil, doch. Ui. Zombie-killing. Wir haben ein Trampolin, wo wir ein paar Zombies killen. Oh, ich geh rein. Baby! Guck, 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 da ist ein Typ drin. Oh. Zack. Ah, Hund. Oh, Hund ist auch gut. Hund ist Freund. Hund suggeriert Freund. Die ist auch nett. Ja, ey. Oh, meine. Oh, Exit. Oh, ich muss mir halt einen Schlüssel besser. Tschüss. So, warte mal. Wir hätten noch was irgendwie. Weiter, nächster Level. Boa. 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 Wie, wie, wie konnte das Spiel damals an mir vorbeigehen? Das ist ja gerade, wenn man Pott trinkt, ein Hammer spielt. Okay. Prädestiniert für Überseerung. Au. Au, 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 au. Oh, danke. Wo kann ich jetzt zählen? Auf, 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 auf. Gelb! Vielleicht finden wir noch raus, für was die das Schlüssel sind, die ich immer finde. Ich glaube, das sind die für die Echse. Jetzt habe ich gedacht, ich wäre du. Frau, das geht mir bei dir nie so. Aber in den Spielen kenne ich das. Halt, da hast du schon wieder ein Wasser. Ja, richtig. Und vielleicht ist da hinten noch was. Ah, richtig. Oh, 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 mein Kind, mein Kind. Moin. Wo bin ich jetzt hingebeugen? Scheiße. Nein, bitte deine Kacke. Boah, was ist das? Boah! Basuko! Ich habe mich gerade zurück. Oh, komm, die ist eigentlich angezeigt da oben. Es ist angezeigt, wie wir, wieviel leben. Ach, vielleicht kann ich hier durchschießen, was? Was? Oh, mein Piff pifft jetzt. Sperma. Aber die kommen relativ übel, wenn du da in der Nähe bist. Wo wollen die dich gleich? Wo? Ich bin gleich da rüber gesprungen und mein bin ich. Ah, Geld. Geld kann man einfach brauchen. Ah, du sammelst dir gleich natürlich das Geld an. Ja. Ich will die Tussi. Ah, Oma. Oma gibt zehn. Ich kann freeze Schüsse. Achtung. Kind. Baby. Meins. Ah. Ah. Guck mal, du musst immer in so Schränke reingucken. Da auch? Ah, wie? Da unten ist noch ein Schrank. Guck, da ist zum Beispiel jetzt hier. Schuhe. Schuhe kann man immer brauchen. Ich bin tot. Also fast. Ich brauch mal irgendwie Leben oder so. Weiß ich, weiß ich nicht. Ah, ich bin jetzt auch tot. Ah, jetzt bin ich auch weg. Aber gleich richtig. Puff, puff. Aber wo gehen wir jetzt hin? Exit. Immer weiter. Ah, da hinten sind noch diese komischen Molotows. Guck mal. Kann ich umschalten. Ah, doch. Ach, guck ihr. Oh, nehm ich mir. Essen gab nur fünf. Der kocht tausend. Oh, jetzt hab ich einen Zombie als dicht gesehen. Ich hab einen Molotow-Kontext. Oh, geil. Wie mache ich da jetzt nochmal diese Tonne auf? Ah, ja. Das ist so die Vorstufe von, äh, von, von, äh, all den Spielen, die heutzutage auf Steam sind. Left for Death. Ja, ja. Ah, guck mal, brauchen wir einen Schlüssel. Guck mal. Jetzt glaub doch mal mit. Mensch. Müssen wir uns irgendwas anderes noch? Ja, oder nach unten? Irgendwo anders hin. Da waren wir, glaub ich. Ne, oder? Oder waren wir da unten? Da unten waren wir gleich da außen. Wir müssen hüpfen. Ah, da oben ist es schlimm. Da oben ist es schlimm. Da oben ist es schlimm. Da oben rechts. Okay. Ah, da ist es immer auch nicht weiter. Halt. Geht's hier nicht vielleicht? Ne. Doch, guck. Man, ich kenne doch den alten Super Nintendo Style. Wo? Ah ja, tatsächlich. Ah. Und jetzt? Ah. Die Pistole noch schnell holen. Ja, wenn ich sie kippen würde. Ich hab so einen beschissenen Schuss. Boah. Irgendwie unten. Da komm ich nicht durch. Ne, ich komm ja nicht durch. Also da nicht, aber vielleicht hier unten. Ja, fixen Hasen. Das kann nicht schön sein. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Oh, der bist du. Keine Ahnung. Aber, ich bin schnell. Oh, und ich hab irgendeine krasse leger Puff Puff. Ja. Ich kann die aber nur einfach mal machen. Voll auf die Haare. Ich will wieder langsam. Ah. War gar so schön. Ich sehe die gar nicht. Ich sehe offiziell. Notesses Toynachung. Ich medi� Mun notable. Weil ich ihn mal gemacht habe. Das Balklav und wie man dieießen kann. Ah, ich würde mich reflex ہیں lassen. Ah!